Hi, schön, dass du auf meiner Seite gefunden hast. Ich bin Aileen und ich bin die Fotografin bei Fokusblick Fotografie. Ich bin 25 Jahre alt und ich bin eigentlich gelernte Werkzeugmechanikerin und habe 2021 mit der Hochzeitsfotografie angefangen. Ursprünglich habe ich mir 2015 meine erste Spiegelreflexkamera gekauft und habe angefangen Landschaften und Tiere zu fotografieren. Es hat mir auch alles sehr viel Spaß gemacht, vor allem mit den Tieren zusammenzuarbeiten. Es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht, macht mir das auch heute noch. Heute mache ich auch noch teilweise Pferdeshootings, aber ich habe für mich herausgefunden, dass die Arbeit mit Menschen zusammen doch auch sehr schön ist. Und 2021 war es so, dass eine Freundin von mir geheiratet hat und wegen Corona war es nicht sicher, ob Gäste da sein dürfen oder nicht. Deswegen habe ich zu meiner Freundin gesagt, komm, ich melde Gewerbe an und dann darf ich definitiv bei euch bei eurer Hochzeit mit dabei sein. Das habe ich dann auch gemacht und gesagt getan, war ich dann als Hochzeitsfotografin eingetragen und durfte dann auch die Hochzeit fotografieren. Zum Glück durften dann auch ihre Eltern noch mit dabei sein, beziehungsweise die Eltern von ihrem Freund durften mit dabei sein, die dann auch anwesend gewesen sind. Aber das wusste man ja früher nicht. Es war ja alles sehr unklar und deswegen habe ich das damals angemeldet. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich das schon angemeldet, jetzt kann ich es auch machen. Ich habe nämlich sowieso in den letzten Jahren eigentlich sehr viele Freunde fotografiert, meinen kleinen Bruder fotografiert und habe sowieso sehr viel dann auch angefangen, Menschen zu fotografieren. Und das hat mir auch sehr gefallen bis heute noch. Und ja, dann habe ich angefangen Hochzeiten zu fotografieren. Ich habe mir ein paar Leute gesucht, die sich bei mir vor die Kamera gestellt haben und habe dann angefangen. Ich habe dann auch irgendwann meine ersten anderen Hochzeiten fotografiert, die nicht aus dem Freundeskreis gewesen sind und habe ein gutes Feedback bekommen dabei, bekomme ich bis heute immer noch. Und ja, es macht mir halt einfach Spaß, in der Hochzeitsfotografie dabei zu sein und euch schöne Bilder zu bieten. Und es geht halt auch nicht nur um die Bilder, es geht dabei um die Erinnerungen. Und das ist zumindest für mich wichtig. Ich blätter sehr gerne in alten Fotoalben um. Deswegen sollten auch Erinnerungen wirklich hinter den Bildern stecken. Bei der Fotografie selbst bzw. bei der Hochzeit selbst soll es natürlich auch Spaß machen. Ich mache nicht einfach, stell dich so hin, stell dich so hin und klack. Sondern es macht halt auch Spaß. Sowohl euch als auch mir. Und klar sind halt auch die Familienbilder mit dabei, die dann doch so ein bisschen gestellt sind. Aber im größten Teil macht es auf jeden Fall Spaß, auch vor der Kamera zu stehen bei mir. Deswegen, also das ist so zu mir. Ich lebe auch mit meinem Freund zusammen in Evers Winkel. Wir haben zwei Katzen, die kleine Bella und die Cleo. Die sind sechs Jahre alt, werden die jetzt im August. Und ja, ich lebe sehr gerne hier schön auf dem Land. Ich bin eigentlich Münsteranerin, aber bin dann aus dem Münster rausgezogen. Und ja, da vorne hört ihr sie, die kleine Maus. Die kranzt nicht gerade. Genau, und ja, jetzt leben wir hier in Evers Winkel gemeinsam, alle vier zusammen. Und hier führe ich jetzt meine Fotografie durch. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Und wenn ihr weitere Fragen zu mir habt, könnt ihr mich gerne anschreiben oder mich anrufen. Ich bin immer erreichbar für euch. Wenn doch mal nicht, dann rufe ich aber in den nächsten Minuten oder in der nächsten Stunde auf jeden Fall zurück. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß auf meiner Seite. Ich hoffe, dass ihr auch dabei bleibt und ja, bis dann.